Wird das Erdöl bald knapp und somit massiv teurer, gibt es auch andere Energien, die wir nutzen können? Ist gerade in 20 Jahren vollständig heilbar? Gibt es denn wirksame Therapien dafür? Wird es echt eines Tages möglich sein, sämtliche geschriebene Texte dieser Welt auf so einen kleinen Chip zu speichern? Das Paul-Scherrer-Institut forscht nach Antworten. Das PSI ist ein multidisziplinäres Forschungszentrum für Naturwissenschaften und Technologie. Gleichzeitig ist das PSI eines der weltweit führenden Benutzerlabors. Gastforschende aus 60 Nationen nutzen hier übers Jahr die komplexen Einrichtungen für ihre Experimente. Auch die Industrie zeigt wachsendes Interesse an den Instrumenten und Resultaten des Paul-Scherrer-Instituts. Mit Teilchenstrahlen aus Protonen, Myonen, Neutronen und mit der Synchrotronlichtquelle bietet das PSI eine weltweit einzigartige Kombination von Grossforschungsanlagen. Damit lassen sich winzige Strukturen und innovative Werkstoffe erforschen. In der Mikroelektronik und vielen anderen Techniken werden damit grosse Fortschritte möglich. Mit neuen magnetischen Materialien können wir extrem leistungsfähige Datenspeicher bauen. Oder wir blicken mit mikroskopischen Verfahren tief ins Hirn hinein und wir können so die Ursache von Alzheimer besser verstehen. Teilchenphysiker und Radiochemikerinnen erkunden das Innere der Materie. Mit ihren Versuchen stossen sie an die Grenzen des Wissens. Weltweit einmalig ist die am PSI entwickelte Protonentherapie zur Behandlung von tiefliegenden Tumoren. Ihre Bestrahlungstechnik nutzt die Vorteile der Protonen und schont das umliegende Gewebe. Die Forschung in der Protonenbestrahlung wird die Heilungsaussichten verschiedenster Krebserkrankungen noch deutlich verbessern. Gerade für unsere immer älter werdende Gesellschaft sind neue Erkenntnisse aus Medizin und Biowissenschaften von grosser Bedeutung. Das PSI ist das grösste Energieforschungsinstitut der Schweiz. Für den Klimaschutz leistet es wichtige Beiträge, wie beispielsweise die Erzeugung von Wasserstoff aus Sonnenenergie und die Herstellung von CO2-neutralem Gas aus Holz. Vorne dabei ist das Paul-Scherrer-Institut bei der Entwicklung effizienter Brennstoffzellen, um damit Fahrzeuge umweltfreundlich anzutreiben. Auch die Sicherheitstechnologie von Kernkraftwerken wird weiter verbessert. Sowohl die erneuerbaren Energien als auch Kernenergie sind klimafreundlich. Die effiziente Nutzung von Biomasse und Solarenergie sowie neue Kernreaktortypen bieten eine echte Alternative zu den fossilen Brennstoffen. Bis zu deren breiten Anwendungen sind allerdings noch etliche Anstrengungen erforderlich. Die PSI-Umweltforschung untersucht vor allem klimarelevante Prozesse in der Atmosphäre, wie den Einfluss der Aerosolpartikel auf den Treibhauseffekt. Und anhand von Eiskernen aus Gletschern können die Fachleute auf das Klima und die Umweltverschmutzung der vergangenen Jahrhunderte schliessen. Die Untersuchung der Aerosolteilchen auf dem Jungfraujoch und die Analyse der Eisburgherne liefern wichtige Hinweise auf Klimaveränderungen. Die Resultate dieser Umweltforschung können zum Beispiel als Grundlage dafür dienen, fundierte politische Entscheidungen zu treffen. Neben seinen Hauptaufgaben als Forschungszentrum und Benutzerlabor engagiert sich das PSI auch in anderen Bereichen. So in der Ausbildung von Nachwuchstalenten für die Forschung und von Lehrlingen. Zudem fördert es den Technologietransfer in die Industrie und pflegt den Dialog mit der Gesellschaft. Das Besucherzentrum PSI Forum lockt mit vielen Exponaten und attraktiven 3D-Filmen. Ebenso bietet es Führungen für Gruppen an. So sind auch Sie bei der Forschung live dabei. Das Besucherzentrum PSI Forum